weiter geht's mit joshis crafted world aber zuerst werden wir uns diese drei putty pass sammeln denn letzten folgen haben wir letzte folge haben wir die putty puffs freigeschaltet bis neu sammeln die schnüffelchen berühren schnüffelchen damit ist ihr folgt genau das war jetzt erstmal und danach mit dem nächsten level weiter so wir müssen jetzt erstmal suchen wir haben fünf minuten zeit also ich habe wir haben unendlich viel zeit aber wir sollten es innerhalb von fünf minuten schaffen so ist es schon alles fertig wir müssen ja nur suchen wir sagen nur ein tatschen und dann war es das auch den ersten haben wir unten sieht man auch zum glück ob man verpasst oder nicht und muss ja ich sagen ich finde diesen neuen modus ganz cool schwer sollte das eigentlich sein wir wollen auch ein wenig komisch aufgebaut jetzt ja im spiegelmodus sagen wenn ich es jetzt mal ich glaube die putty kann man auch jetzt unendlich schlangen werfen sowie in pustin durchs wo die world müsste so sein wo ist der nächste dann muss jetzt nicht kommen der nächste hoffentlich sonst bin ich traurig ich habe weil sie man ja ich habe das verdammt das karamell blickchen hier als outfit das einzige was ich noch habe weil sie nicht gezeigt habe beeilung muss ich hier beeilen sie man ja noch einer weil ich innerhalb von fünf minuten schaffen dann kriege ich nämlich wie man alles es gibt hier insgesamt dann immer vier blumen drei für jeweils also ein halt für jeweils den putty pops gibt drei und einen kann man das ja so schnell wie möglich hat schafft deshalb war ein das so lange keine videos mehr kann was ich einfach daran dass ich ja schule war sehr viel los könnte man sagen das sind ja vielleicht mehr oder sieht nicht so aus ich möchte ich jetzt erst mal ja in der schule ist halt viel los gewesen nicht irgendwie mit arbeiten so was anderes ich will jetzt ich weiß nicht ich habe jetzt einfach kein lustig darüber zu reden ich sehe jetzt nicht sollte das aber jetzt erstmal konzentrieren und wo ist er ist da ganz am ende hoffe ich denke ich weiß nicht absolut keine ahnung wo der ist ich kann es kann auch sein dass ich verpasst habe kann natürlich sein aber ich denke mal das einfach ganz am anfang wir sind auch jetzt am anfang und jetzt krieg ich angst weil ich die nicht finde ja wo ist er dann lass mich doch da bin ich liebe ich lege ich gut in der zeit verdammt ich habe ihn wirklich verpasst verdammte kacke wo war er denn ist er hier natürlich nicht wo ist er dann oh man das hätte ich sehen müssen ich hätte einfach mal ich war viel zu sehr auf dem hintergrund fokussiert dass ich nicht auf den vordergrund geachtet habe wenn man hier sieht ist er da vorne nur wie er reihe ich ihn durch den winkel das was ein freund umbringen ich glaube ich kriege ihn wenn ich hier bin wenn die man natürlich also die fünf minuten hier diese zeit will mir das wird kein problem sonst habe ich nämlich alle drei ja tut mir leid dass ich das nicht gesehen habe ich habe mir richtig aufgepasst aber jetzt haben wir alles und es passt alles gut ich dem auf was gut hingen sachen jetzt raus hier ich bin kein babysitter naja ich werde es wahrscheinlich noch sein denn ich habe doch gerade ist mir gerade eingefallen dass wir das alles ja noch in einen anderen level machen müssen wir müssen noch in allen anderen nicht in allen glaube ich aber in den meisten level müssen wir doch wie ist das schwierigen putschis fangen wenn ich ein poochie puffs oder wiederum hier im englischen heißen und ja da habe ich keine lust zu aber hey 100 prozent 100 prozent muss man halt machen und von daher werde ich es machen so jetzt ganz schnell zum ziel werden rest einfach rausschneiden denke ich mal wo ich dann zehn jahre lang gesucht habe ok ok let's go oh guck mal den putschi der silber schnüffel ist dabei ich bin mit dem tanzen ja die werde ich jemals ein level spielen und es im first try 100 prozenten vielleicht aber was ich jetzt weiß was ich machen werde ist kran drehen oder als jan in den dingen hier drehen wir wollen neue outfits ich bin neue outfits gibt mir neue outfits direkt drei stück und das klima aber okay kann ich mit leben oh ein weißes schaue wie cool ein lila laster ok und ein gelber laster geil super da will ich aber gleich mal ein laster sein wer belastet denn hier so ich glaube ich lieber das schaust natürlich bin ich bin das schaf schaffe sind cool so aber ab jetzt werden wir immer so von der reihe her ich hätte sich mal es werden immer abwechseln mit den ganzen grad mit ganzen kaugummi automaten hier weil jede welt weil jede welt hat nämlich so einen eigenen kaugummi automaten und da ist halt andere sachen drin und ich will ja alles haben von daher werden wir immer wieder wir wechseln und da ich gerade das ist dann so ein gelbes laster ist wenn ich mal zu meinem gelben laster erinnern alles los los joshie match match was ok ich habe keine ahnung was das hier wird aber jetzt sieht aus wie diese riesen diese liga verwandlungen vor diese robo giga verwandlungen von wo die world kann sein dass wir die verwandungen jetzt sind bisher war nur in das spiel wäre mir neu aber wäre ich cool würde ich feiern was ist das los los joshie match hau mit los joshie so richtig rein verwende schiebepad um nach oben oder unten zu schlagen halte y gedrücken das dann los um einen kräftigen schlag durchzuführen ok 9000 punkte gibt uns drei ok war auf die 9000 punkte ok ok was achso achso ja ich habe mich jetzt sehr blöd angestellt es tut mir leid und ich wusste gar nicht man geben los da stehen immerhin darf der kevin zu spielen kommen man kann ihn doch so bewegen kurz wenn man ihn geschleudert hat den schlag immerhin jetzt also ich brauche die leben und so zu bräuchten bitte leben bei den bauern roten münzen die wollte mich doch verarschen es gibt auch rot münzen nicht steuer verdammt ich werde auf jeden fall noch mal neu machen müssen sieht man ja verdammt die schlecht ich bin ja kacke du wo gibt es in die roten münzen bitteschön roten münzen ich glaube ich fall weg vom stuhl ich bin ich gut ich mag diese art von level jetzt schon nicht mehr was ich hab das ich habe doch das geschenk gut getroffen weil das willst du das ist nicht das ende oder sind aber sehr sehr viele münzen nicht davon auch ich muss mich eigentlich beeilen aber ich bin ein verdammt schlecht ich bin ultra schlecht oh mein gott ich bin aber auch zu schnell habe ich hab's doch abgetroffen meine güte kann auch ganz normalen hit machen ich werde das glaube ich alles auf screen machen oh geil die erste rote münze super das war eine totale katastrophe oh gott was es waren hier irgendwo noch was es gibt das in jedem level mit ihnen und nein und nein und hier unbedingt gut viel besser als vorher aber immer noch nicht gut ich hasse ich hasse das gibt es doch nicht es war viel besser immer noch aber mir fehlt immer noch was ich bin mir fehlt eine rote coin und eine blume und halt die entsprechenden punkte ok ich war besser mit den punkten aber für die maximale punktzahl brauchst du alles habe ich die roten mit minzen bitte darf ich die roten ja ok leute wisst ihr was ich werde jetzt die 9000 punkte auskühlen machen ich werde das nicht zeigen weil ich verschwende viel zu viel speicherplatz mit dem aufnahme mit aufnahme und wir sehen uns wenn ich es habe so ich habe es jetzt immer noch nicht geschafft man muss ich habe jetzt wirklich nach geprüft haben muss wirklich alles kaputt haben glaube ich aber ich habe es nicht aufgenommen aber es gibt nämlich diese eine blume hat er gesehen mit dem laster also dieser laster ist es halt da halt und er hat dann weg und muss genau im letzten moment kurze vorher dann komplett weg fährt muss man ihn richtig so aufgeladen und punch geben und dann kriegt man ihn nicht wo sind hier so geht aber ich habe das mal probiert und es hat so geklappt und ja es muss ich oh mein gott ich hatte wie 8800 punkte und dann habe ich die scheiger ist gepackt am ende und dann habe ich noch mal genug punkte halten ich hätte es uns nicht geschafft weil ich hat den laster nämlich übersehen und hat ein zweimal irgendwie weiß ich nicht irgendwas umgefahren habe ich nicht erreicht oh gott ich bin durch ich hasse ich will das nie wieder machen ich muss es noch mal machen wegen den wegen den poochies aber bitte muss ich dann irgendwie punkte sammeln oder sonst irgendeinen blödsinn machen ich hoffe das ist sozial aber leute wir werden heute und wahrscheinlich die nächsten folge immer noch nicht in die nächste welt gehen wir werden jetzt wieder zurück gehen denn die ganz ganz nach hinten und uns ja die ganzen poochies hier sammeln angefangen mit diesem level hatte du willst was auch so dass jetzt doch oder sonst nicht da reden wir jetzt mal mit ihm warum nicht ich war wohl das letzte mal gerade weg kann das sein du bist euch hier richtig mein kleiner bruder benni hat mir von dir erzählt ich bin bruno ich brauche utensilien aber wo waren sie noch gleich ja sonnenschein station das geht's ich bin die gilt für fünf mal eine kuh also sieben gras fett gesehen versuche fünf davon zu sammeln einfach mal ein eier werfen ja ich liebe diese quest nicht so aber bevor wir die quest machen werden wir erst mal die rückseite machen damit wir alle finden ja das bilden jetzt in dieser folge nächste folge alles machen ich hoffe dass es nicht wirklich jedes level aber ich glaube irgendwie schon dass es jedes level ist mit dem poochies aber egal gehört der zu den 100 prozent so ich habe jetzt keine eier und ich hoffe es ist gewollt so ich sehe direkt ein dann hätte ich nicht abwerfen können kriechen muss ja eigentlich sein hier ist einer oder ich bin doch da ist einer direkt da da halt stehen halt stopp du kommst her war hatte sie doch als genau der ziel als ein ei es wie zum bummerang kommt immer zurück so habe ich doch hier irgendwo gesehen war das hier kummel schnee dann baum vielleicht es war doch hier oder nicht das war auch erst mal hier was aber ich hätte es lieber ein paar normale eier weil die werden so oft machen will sie dir so dann fehlen noch einer bisher habe ich direkt beides super perfekt passt so ist denn den letzten jetzt sofort sonst kriegt er keinen taschengeld von mir geht eigentlich sowieso nicht aber egal wo ist der gut wie immer der schlimmste wo ist er zum vordergrund müssen wir mal vordergrund und hintergrund achten habe ich die brenner geküssten da bist du hey jetzt ja alles was für eine zeit 230 wort es richtig krass gemessen wohl ich habe es geschafft das war nicht lang das freut mich natürlich ich frage mich gerade ist putschi oder absinne schnüffel eigentlich männlich oder weiblich ich dachte mal der männlich aber ich weiß nicht wissen dass er seine kinder ihre kinder was weiß ich gut da haben wir die question gemacht und dann müssen wir jetzt fünf kühe finden die gibt es nur hier okay fünf kühe dann sehen wir uns gleich wieder one two three four und die nummer fünf sehr sehr einfach also ich fand es nicht schwer ich fand es super einfach bisher das einfachste von allen joko gefunden nun darf ich wohl dass sie überreichen juhu hast noch eine quest blumen zaubern geben ein lächeln aufs gesicht wenn jemand traurig ist schickt man einfach blumen das wirkt wunder aber sagt immer das gleiche ok habe noch eine bitte eine wäscheleine klamotten hängen hier einfach so herum wegen gehören die überhaupt einfach mal einmal beibewerfen ja in welchem level denn hier und die gibt's denn was ok dann gehe ich mal auch noch suchen dass ich liebe ich meine ja ist es ok nice sehr weird auf jeden fall aber ja ich hab's gut ich habe ja noch eine aufgabe für uns also ich glaube jeder hat einfach drei aufgaben dann machen wir ihn die nächsten normalen und dann ja welche reine dann darf ich dir erst wenn wir überreichen dankeschön der letzte fest kannst du mir noch ein papier flieger bringen das war da war auf der was da war noch einer auf der rückseite ich frage mich wer den da gebastelt hat stimmt da habe ich hab da ich hab den gesehen da war hier auf der rückseite naja dann wollen wir uns in kurz hier das habe ich auch die ganze gesehen die ganzen papiere schnipsel die waren vorher gar nicht da sind hier wirklich überall ich glaube ich schneide es auch mal gar nicht weil weil ja auch dieses auto ja wenn ich bin ja ich kann hier nicht drucken wenn ihr okay jetzt recht tun ja ich finde das so cool so war der papierpflege da war etwas weiter auf der rechten seite und die poochies sind vollkommen egal die habe ich alles schon gesammelt können so reicht schon es war doch hier auch hier oder nicht überall schnipsel warum sind hier überhaupt das vielleicht wird das deutsch zu tun steckt er vielleicht noch mehr dahinter jetzt bei game 4 da ist gar kein problem ja dann kriegen wir jetzt die 100 prozent von diesem in diese insel und haben wir hier alles gesammelt alle missionen gemacht alles gesammelt passt auch ja danke schön und ich danke dir für die blume haben noch eine bitte warst du willst noch was für ist ich will fünfmal mit vielleicht ich hab du ist ein fleisch für unglaublich mit findest welche auf der rückseite einmal ein paar bewerfen hast nur auf der rückseite aber ich habe doch hier auch nicht gesehen aber schon kann man die nur hier in der rückseite das nur so abdrückt ok 12 ganz gut versteckt drei oh ja ich bin wieder zurückgegangen ich habe die anderen nämlich nicht gefunden und scheint mir blind gewesen hat übersehen ja habe ich wohl okay mein fehler tut mir leid ich mache immer komisch rein folgen egal haben wir alle bitte sagt mir das war es jetzt bitte mit dem christ ich habe keinen bock mehr bitte ich will nichts machen ich würde sagen machen immer ein level dann die ganze eine andere request wie ich habe wenn du es stehen können hier wir sind die gefallen ausgegangen um die ich bitten könnte juhu hundertprozent oh wie schön hurra alle grinsblumen in sonnenschein station gefunden juhu jetzt werden wir auch hier alles aufkaufen so was gibt es noch ein zwei drei vier fünf sechs sieben da werden einfach sieben stück kaufen und dann haben wir ja alle kostüme und dann werde ich eine große auswahl haben was gibt es noch so kostüme okay haus mit rotem dach okay gelbes auto rotes auto gelbes auto orangendorf tüte geil berg das sieht nicht aus wie ein berg dampflok das ist ultra selten leute ultra selten der dampflokke und die sieht aus eine geschenk bauch wie cool und der bild heute da wohne ich doch naja wir mal vollständig juhu so tun leid rotes auto gelbes auto aber ich bin doch farben blind ey aber wir werden jetzt erstmal unser ausbild ändern was wir haben so viel jetzt neues ich finde man es sollte erst dieser 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 rote hey es ist was neues hier dieser dieser dieses rote zeichen sollte erst weg sein wenn man hier wirklich etwas auswählt wissen was ich meine nein das haus wollte ich jetzt nicht nehmen weil sie nur zum beispiel so nehmen so was nehmen aber schneem aber schneem und das nehmen ich hätte bock auf dieses weiße schafe ehrlich bin ich glaube ich nehme sogar wir werden mal sehen was gibt es nicht so dass das hier machen wir dann den nächsten folge die quest und diese welt und jetzt will ich die neue welt angucken was was kommt jetzt und was cool ist bitte auch so dass nur du ich bin so kaputt hätte ich doch nur zehn grenze blumen hier ich habe 53 oder ich gebe dir welche ich liebe dich jetzt aber vergessen was ist zehn stück danke es gibt mir schon viel besser uhr gestein welt oder so pappkartonkuppe herzlich willkommen okay das erste level steht schon bereits okay noch keine questions minenwagen höhle wie sieht das aus ich glaube ich nehme doch kein schaf würde sich darum gehören das schaf warum nicht minenwagen höhle ganz anders ist das letzte level heute ist aber es kommen ja sehr viele parts und die folgen werden ja ungefähr schon 30 folgen 30 minuten dann könnte sein dass ich jede folge 30 minuten mache ich weiß es noch nicht aber es kommt mir so vor weil es jetzt alles schon so lange dauert und so genau ich glaube ich nur sehr komisch finde ich was man in dem hintergrund noch mal das gleiche hört alles dann tut mir leidend ist mein bildschirm bin ich laut müsste ich den leiser machen was bist du denn bitte oder so okay kann ich dir fressen nein ich wollte ich ach so die kommen dann immer wieder alle kann ich jetzt erst mal nicht ach so warte ja ja alles klar alles klar hab 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 da brauche ich den ja schon kriegt man hier gar keine eier sondern nur pumpen also ich kann natürlich sehr sehr gut mit bomben umgehen so daneben doch wir kriegen normale eier da war nämlich anscheinend gesehen was gibt es hier münzen beim beeilung alle schnell einsammeln ja verdammt okay da war nur eine rote da drunter oder also ich habe jetzt nur eine rote ich schätze mal egal weiter geht es ganz kurz noch schauen ob es hier unten nicht noch irgendwo im geheimen wo sie gibt der einen herzen gibt aber anscheinend nicht alles klar ich brauche ihn doch noch mal hab ja auch immer bomben in dem mund ich muss erst mal auf das level klarkommen es ist so verwirrend so komme ich von hier tja äh nein nicht ooooh warte man kann das ui achso ok das kann man schieben ah ok mal wieder was gelernt zack Beilung Beilung Hör ich kann nichts machen Hör was achso achso oh ich hab gar nicht gedacht dass ich jetzt wieder neu machen darf oh man ey blöden wickler machen mir hier angst der äh schweigei so richtig retten so aus der Hilfe ähm sind anscheinend fahrschul aufzug was auch immer wie wir es nennen will du respawns anscheinend immer okay die respawn immer oh guck ich hab dich nicht gesehen hier hey wie geht's eigentlich nicht abschließen hm ok um bam so ich will jetzt wieder zurück weil ich hab bestimmt was verpasst geht's auch noch was ne ist der tot ha ha gelbe scharf naja fast na doch eigentlich ist das gleiche gelb gelb und scharfig wer würde sowas denn nicht mögen okay anscheinend oh das war nur für drei Münzen super das war nicht mal besondere Münzen ja wir fehlen dinge ja aber geht's oben weiter hier sind wir mal nach unten ok na gut da geht's weiter dann habe ich alles dieser fische ist schon ganz nice haja haja minzen 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 meine minzen ich habe mich treffen lassen aber ich habe ja mein outfit mein kostüm von daher ist es kein problem ok ich habe keine rüstung an verdammt ich brauche die bombe bombies 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 und bomben ok hier in die mitte schieben denke ich mal ist richtig so ja ok zack 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 games hier mein scharf jetzt zum Beispiel zum Beispiel eben Fall das halte ich auch mit. beim Checkpoint aber ich glaube nur bei dem Checkpoint zu ich höre wirst in den abgrund fliegt was nicht aufpasst ne Geschenk habe ich gesehen da war mir immer쪽 doch es wäre da würde ich sagen das war wichtig das einfach nur so viel abkürzung wir haben das übersehen wo hatte ich denn zuletzt dann war das hinter dem checkpoint wo denn ich das wegschieben doch gleich das wegschieben ach so hier ok alles klar das ist cool ok alles klar dass ich das auch noch gesehen habe das war gut aufpassen ja stirbt damit wir kein ärgermaß du kommst direkt in meinen bauch so wie habe ich jetzt herz interesse so geht es noch damit überfahren mit bandel mit bandel sagt sagt war doch nicht auf mich nein das ist doch es ist doch ich kann noch so schieben ok ich wollte gerade sagen das ist doch echt gemein aber es wäre gemein dürfte ich nicht mehr zurück gut bomby nein bomby kommt ja wenn jetzt bomby ist jetzt keine bomby danke nein damit sie wenn sie okay keine rote muss immer mal gucken es könnte immer eine rote sein ja und jetzt was gibt es jetzt hier noch da kann ich das trampolin mitnehmen ach so nein das später ist kippt das drauf geben jetzt kann ich hier oben weil da habe ich etwas gesehen genau ok das ist richtig cool dass er mir bisher bisher ist es eins meiner lieblingslevel auf jeden fall auch so richtig cute alles aufgebaut auch noch in den style dieses spielstück so etwas übersehen sieht nicht so aus alles klappt ok wir fehlen auch rote münzen die bräuchte ich jetzt mal so lang du hast eine du hast du nicht du hast du eigentlich den fass in den abgrund schmalt geschmissen blödsinn blödsinn oh man welches ist das ok gut 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 haben alle sehr haben wir sehr alle sehr bang äh nein was mache ich denn oh gott wie kann man nur so dumm sein wow wow wie habe ich das gemacht ok wow ey wie krass ok da war eine rote dabei super nice 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 ok nice nice mit eis ich habe keine eier mehr ähm hast du ein eier für mich dankeschön ja münzen wow wie viele rote waren das denn jetzt ich hab drei oder so so zack ich will also nach vorne wo hast du eine bombe damit darüber weiter kommt da ist eine bombe aber was war das denn hier nach links da kommen wir noch hin ok da kommen wir noch hin oh sehen wir den hintergrund im wasserfall ich freue mich schon drauf ok ich habe kein eier mehr deshalb homie das macht den weg frei ok ok what was was ich bin da verwirrt nein ach komm hätte ich das sehen können nee hey da kommt man irgendwie weiter aber ich weiß nicht wie verdammt oh nein oh nein seid ihr fies ihr seid doch so fies ach warte da kommen wir noch hin oder ich hoffe was ich was ich hier mache ich bin sehr verwirrt vielleicht merkt man das ich bin das immer mit diesem spiel anschein aber vielleicht kriegen wir jetzt im first try alles hin dann müssen wir das wenn ich noch mal von vorne machen und so ich dachte gerade ich hätte gerade eine u gehört und das ist alles hier auf zeit so fisch bringen wir nach oben bringen wir nach oben habe ich gesagt das sind die pixel oben zack 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 oder ist nur eine blume geht es bei ja schöne blume du hast mich bitte nach unten zack nein lassen lassen die normen zack ok auch jetzt nervt ihr aber vorhin seitdem die lebenskräfte gewesen jetzt nervt sie zu tode alter was ich krieg nicht mal applaus dafür dass ich jetzt alles gesammelt habe really like really ok like really so komm her und und yeah juhu alle roten wir finden noch eine eine blume nur 100 münzen sollte man wieder ich verstehe das nicht warum nur 100 100 ok so ah haha ok da kommt ich bin neun scharf doch ich kann mich ich kann mich ducke ok krass wow ich hab es eigentlich daneben aber ok ich habe alles ich habe alles ich habe alles wieder und und was ist das verdammt darüber kann ich nicht okay was soll ich denn machen was wollen jetzt von mir ich habe doch alles ich bin zum ziel die wollen wir bestimmt einfach nur ein leben abziehen jetzt noch am ende ach so auch ich sollte noch ganz nach hinten schieben genug schwung haben sagte sagt und okay nice wir haben alles Juhu, first try! Sieht sehr schön aus, wenn ich alles auf einmal habe. Bisher mein Lieblingslevel, muss ich ehrlich zugeben. War richtig cool. War allerdings auch die Folge, die hiermit zu Ende ist. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr bei einer Pussybewertung freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, Yoshis wunderschöne Pappwild Crafted World. Yeah!